Einer von Horizons Top-Fahrern ist in der Nähe. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn sie ihn herausfordern möchten. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. 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 Okay, unser Champion hat entschieden, dass wir nach Cisteron fahren. Wir haben heute ein paar richtig gute Leistungen gesehen. Das letzte Rennen war heftig. Die nächste Etappe unserer Autotour führt uns rüber nach Montellino. Oh, und die Leute am Straßenrand wollen eure Fahrzeuge sehen. Also gebt ihnen einen Grund zum Jubeln. ...geschrieben habe. Hab ihn. Okay, zuerst das Wichtigste. Alle Meisterschaftsfahrer müssen jetzt nach Montellino rüber. Dort finden die nächsten Rennen statt. Also kommt in die Rufe. Und zwar jetzt. Ich sage euch später, was noch auf dem... In 200 Metern. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern. Nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nach links abbiegen. Rechts laufen. Rechts halten. In 400 Metern nach rechts abbiegen. In 100 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Das hier ist die Classic Racer Meisterschaft. Such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. In 200 Metern nach rechts abbiegen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben ihr Ziel erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, damit haben wir dann den nächsten Sieg, gut gemacht!